In dem heutigen Zombie Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei BU6 Terminus das Musik Easter Egg vollenden könnt. Und zwar müsst ihr hierfür auch drei Kopfhörer einsammeln und ich zeige euch jetzt die einzelnen Locations der drei Kopfhörer. Den ersten Kopfhörer findet ihr, wenn ihr beim Jugga Raum seid. Links raus geht um die Ecke direkt hier oben drauf. Mit diesem interagiert ihr und ihr habt den Kopfhörer Nummer 1. Und der zweite Kopfhörer befindet sich im Tunnel gegenüber vom Dr. Nite Perk. Wenn ihr da vorsteht Leute, dreht euch einmal um und hier oben auf dem Fass ist Kopfhörer Nummer 2. Kommen wir nun zu Kopfhörer Nummer 3. Dieser befindet sich nämlich im Packer Punch Raum, wenn ihr da unten im Labor reingeht, rechts oben auf dem Schrank hier drauf. Und sobald ihr mit allen dreien interagiert habt, dann spielt auch schon die Musik ab und das war es dann auch schon mit dem kleinen kurzen Video. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, dann lasst jetzt ein kostenloses Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.